Hey, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Basketball Simulator. Wir werfen BOOM! Hier können wir, glaube ich, unsere Stärke erhöhen. Jetzt haben wir 8 Stärke, 9 Stärke, 10 Basketball Stärke. Was ist das, wenn wir weiter hinten werfen? Dann kriegen wir auch bloß 1. Das macht also absolut keinen Unterschied. Wir können auch auf die... Was ist das? Das ist eine VIP-Toilettenring. Das sieht mir sehr, sehr stark aus, ehrlich gesagt. So, mit Hilfe dieser Kraft können wir jetzt diese Basketball-Kürbe hier und die müssen wir, guckt mal, die müssen wir kaputt machen. Der Balken erhöht sich ja hier unten, seht ihr ja. Und sobald der voll ist, und das sollte mit nur noch so 3 Würfen vielleicht... Und jetzt der letzte... BOOM! Zerstört. Und jetzt haben wir den da ganz hinten. Oh, da brauchen wir 300.000. Das heißt, wir werfen so schnell, wie wir können. Zack, zack. Wir haben ein Drittel geschafft. Wir arbeiten uns vor. Das ist der letzte Korb. Wenn der auch explodiert, Alter, ich bin so eine Shooting-Maschine. Guckt mal, wie die Bälle fliegen. Das ist schon sehr, sehr geil. Wir haben es gleich. 230, 250, 260, 270, 80. BOOM! Und jetzt kriege ich 3 Winz, oder was? Kann ich einsammeln? Aha! 3 Winz. Und wir haben auch 2 Geschenke. Bup, bup. Oh, das ist brutale Kraft. Warte mal. Yo, ich habe 64 Kraft. Guckt mal, wie schnell ich jetzt die Kürbe kaputt mache. Easy. Zack, schon kaputt. Okay. Was kann ich mir denn alles kaufen? Ich kann hier... Okay, mit 350 Stärke kommen ins nächste Gebiet. Okay, klar. Es gibt Haustiere. Da holen wir uns mal das Einser. Ich will mal gucken, wie stark die sind. Fischratte. Okay. Der gibt 2,4 Boost. Das heißt, wenn ich jetzt hier trainiere, kriege ich 2. Okay, wie viele Haustiere kann ich ausrüsten? 15. Okay, wir gehen rein. Warte mal. Dann hole ich lieber nur das Billige, oder? Man kann das brutal schnell öffnen. Guckt mal. Man kann das nämlich so instant wegdrücken. Ich habe alle meine Winz ausgegeben. Aber wie schnell auch. Wow. Ey, wir haben einen epischen gezogen. Wie viel mache ich jetzt pro Korb? Lass mal gucken. Gerade waren es 2. 20 einfach. Yo. Und wir haben ein Geschenk. Zack. Boah. Alter, ich mache so viel Schaden jetzt. Das ist brutal. Alter, es gibt aber auch hier. Man kann sich Kleidung holen. Für Winz. Wow. Okay, okay, okay. Na gut, gut, gut. Aber dann lass einmal nochmal hier Winz sammeln. Wow. Boom. Instant kaputt, das Ding. Und sofort holen wir uns die Winz. Guckt mal, wie schnell ich das jetzt hier durchmache. Einmal kaputt. Einmal kaputt. Einmal kaputt. Und ich kann mir die Winz holen. Wow. Geil, 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 geil. Okay, jetzt kann ich mir bessere Kleidung holen. 12 Winz. Das heißt, der hier. Jetzt habe ich ein lila Trikot, was mit 20% mehr gibt. Das heißt, jetzt kriegen wir immer noch 20. Hä? Was gibt mir das dann? 20% Win-Bonus vielleicht? Das könnte sein. Ach, Anzahl der Siege plus 20%. Hier unten steht es ja auch. Okay. Und wir haben genug, um ins nächste Level gehen zu können. Okay, was gibt es hier? Gold Machine. Es gibt ein Gitter. Okay. Wir brauchen 50 Winz fürs nächste Gebiet. Es gibt zwei Eier. Okay. Und es gibt neue Körbe natürlich. Und die halten schon ein bisschen mehr aus. Da brauche ich ein paar Würfe, bis ich einen kaputt kriege. Das Geil ist, ich kann wirklich von so weit wie möglich. Die treffen immer. Guck dich das mal. Ich kann von hier hinten. Wie cool sieht das aus. Einfach so Rückenschotts. Das Geile ist auch, guck mal. Mit jeder Minute, die du hier bleibst, kriegst du 1% mehr Schusspower. Deswegen, guck mal. Ich habe ja 406. Aber ich mache 442 Schaden. Das sind diese 9% Boost, die ich habe. Und das wird immer mehr mit jeder Minute, die wir auf dem Server sind. Das ist natürlich aschgeil. Zu Glück war ich schon ein paar Minuten, bevor ich angefangen habe zu spielen auf dem Server. Das gibt mir jetzt einen ganz guten Boost, ey. Und boom, der letzte. 10 wins mal 2, 29 wins. Da können wir uns einmal den hier holen. Bopp. So, was gibt der mir? Welchen habe ich ihn gezogen? Ich weiß ehrlich gesagt, gar nicht. Hä? Ach, den hier, ne? Blaue Kaninchen. 2,1. Naja, geht besser. Ich habe mir den Toilettenring gekauft. Da kriege ich halt doppelt so viel, Leute. Das lohnt sich brutal. Ich habe ein Geschenk. Zack. So, weiter geht's. So, ich kann mir aber nicht nur bessere Kleidung holen. Ich kann mir auch bessere Basketbälle holen. Okay, das gibt Angriffstempo-Speed. Okay, das ist tatsächlich geil. Wartet mal. 30% den holen wir uns. Der sieht auch richtig geil aus. Boah, richtig oldschool so. Und wir sind jetzt viel schneller. Guckt euch das an. Das lohnt sich ja gigakrank. Wir haben halt weiterhin 3 Slots für Haustiere. Das heißt, ich hole hier mal. Und nochmal. Das war sogar ein guter, den wir da gerade gezogen haben. Den epischen. Und jetzt holen wir uns hier noch einen. 5000 jetzt. Also jetzt kloppen wir komplett dran. Den one-shotten wir. Den one-shotten wir. Den one-shotten wir. Und den one-shotten wir auch. Und den auch. Wir one-shotten alles jetzt in der Welt hier. Boom. Nice. 22 Winds. Und weiter geht's. Wir brauchen 50 für die nächste Welt. Hey, wir haben genug. Ging ja schnell. Let's go. So. Unterwasser-Welt. Okay, wir brauchen 500 Winds. Okay. Boah, 15.000. Der hat's schon in sich. Erstmal besseres Kleidungsstück, glaube ich. Für 100 Winds können wir das holen, ne? Lass einmal durchspielen hier. Ich meine, ich mache jetzt schon viel. So lange wird's nicht dauern. Drei Hits für den ersten. Sechs Hits für den zweiten. Aber es werden auch immer mehr Körbe. Guckt mal. Jetzt sind's schon sechs. Und wir haben den letzten. Oh, das gibt mit Boost viel. 179. Okay. Das ist auf jeden Fall jetzt schon ein besseres Kleidungsstück. Oh, aber das haben wir fast 200, ne? Dann lass... Dann lass den hier nochmal durchspielen. Weil wir one-shotten wir alles. Und dann kriegen wir auch viel. Dann haben wir relativ schnell 200. Ich glaube, es ist sogar mit einmal, oder? Ja, perfekt. Oh, perfekt. Jetzt können wir uns von plus 20 auf plus 50 boosten. Ich hätte fast Falsche gekauft. Geil. Und besseren Basketball auch. 40 Prozent. Geil. Boah, das hat dick geboostet. Und jetzt trainieren. Let's go. Ich habe gerade eine Potion bekommen als Geschenk. Die goldene hier. Die sorgt dafür, dass alle Haustiere, die ich ziehe, golden sind. Alle. Das heißt, wir müssen jetzt Vince fahren. Und zwar schnell. Ich habe brutal trainiert. Wir haben 10.000 Stärke. Plus ein Double Booster. Plus 16... Ah, hier wird der Trank auch angezeigt. Plus 16 Prozent Power. Das heißt jetzt... Zack. Wie viel Vince brauche ich für das nächste Gebiet eigentlich? 500. Na gut, aber... Boah, ich bin schon sehr schnell. Guckt mal, mit der erhöhten Schusspower geht das schon wirklich babermäßig ab. Na gut, der hält ja noch 8 Minuten 50. Vielleicht macht es dann sogar Sinn, direkt schon ins nächste Gebiet zu gehen, weil das schaffen wir sehr, sehr schnell. In 8 Minuten 40 schaffe ich es ja locker, mir Haustiere im nächsten Gebiet auch zu kaufen. Dann macht es ja keinen Sinn, sich jetzt hier ein bisschen zu verschwenden, oder? Wir haben genau 500. Let's go. Boom. Nächstes Gebiet. Void Machine. Okay, das können wir gleich machen. Wir kriegen ja New World. 2500. Okay, okay, okay. Ui, 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 ui. Okay, 250. Ey, das kann ich mir holen. Das beste Ei jetzt hier. Let's go. Wir holen es uns. Und die müssten alle Gold sein. Tauchhai-Legende. Das ist der hier. 20 Prozent. Und der müsste jetzt Gold sein. Ja, Tauchhai ist Gold. Und automatisch unser bestes Pad mit mal 8. Das ist illegal. Wir kriegen alles Gold jetzt raus. Und weil die Gold sind, können wir die, glaube ich, auch jetzt zu Void basteln, oder? Äh, Lehrer-Slot? Fragezeichen. Haustiergröße. Groß, riesig. Schub. Haustier-Evolution. Gold. Plus 50. Leere. Empfohlen, entwickle zuerst Haustiere. Aber ich kann ja nicht zum Void basteln. Also, ich habe keine Haustiere. Aber Gold müsste doch gehen eigentlich, oder? Wir haben es gleich geschafft. Das ist der letzte Korb. Boah, ich kriege mindestens 500 Winds. Wenn ich das geschafft habe. Ich habe es doch gleich geschafft. Und der Balken ist voll. Bam. Wie viel Winds? 625. Geil, 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 geil. Das heißt jetzt hier weitere Pads. Boom. Und noch einen. Boom. Boah, meine Haustiere sind so viel besser jetzt. Alle herstellen, beste ausrüsten. Mein schlechtester hat halt jetzt am 1,2. Da geht noch so viel. Aber wir sollten vielleicht erst mal trainieren, damit wir da schneller durchkommen. Meine Potion hat noch 5 Minuten. Das heißt, wir haben noch... Boah, wie viele Welten gibt es noch? Das heißt, wir haben noch alle Zeit der Welt. Wir wollen jetzt hier trainieren erst mal. Kann ich mir hier vielleicht ein besseres Kleidungsstück ziehen? Nee. Aber ein besserer Basketball würde gehen. 10% mehr Angriffstempo. Ja, warum nicht? Worn sich doch, oder? Okay, ich habe jetzt... Ich brauche nur 2500 für das nächste Gebiet. Das heißt, ich habe jetzt wirklich brutal gespart, weil ich mir einfach diese ganzen Gold... Aber macht es wirklich Sinn, die sich jetzt alle zu ziehen? Es gibt ja bessere in der nächsten Welt. Aber ich glaube, es macht trotzdem Sinn, weil ich habe einfach so unfassbar viele Pet-Slots. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht unter 2500 rutsche. So, eins können wir noch. Ja, und das war es jetzt. Und ich kann nicht jetzt irgendwas Void machen? Ah, okay. Fünf Stunden. Fünf Stunden. Fünf Stunden. Fünf Stunden. Ja, okay. Fünf Stunden ist mir jetzt nicht wert. Aber das wird schon reinknallen, ne? Fünf Stunden. Warte mal. Lass mal gucken. Das gibt noch mal einen Boost. Boah. Von 50 auf 250%. Aber das ist ja auch Babygroß riesig, ne? Am besten auswählen. Das können wir alle herstellen. So, am besten auswählen. So ist unser schlechtestes 2,1. Okay, das ist relativ schlecht. Unser bester 10-Mythos-Alter-Dämonen-High. Ist das der seltenste? Nee, der zweitseltenste. Der 5-Prozenter. Okay. Aber in die nächste Welt. Unser Trank. Boah, was ist das? Ah, es gibt bessere. Oh, okay. Stufe 5. Was heißt das? Okay, jetzt kriegen wir 300. Boah, Alter. LeBron James. Kobe. Michael Jordan. Oh, wie heißt er? Das ist der mit Schuhgroße 52. Wie kann ich den nicht kennen? Wie heißt denn der? Das ist... Wie heißt der? Okay, das müsste Anthony Davis sein. Na klar. Aber wie hieß dieser? Mann, das ist einer der berühmtesten Basket-Spieler der Welt. Wie kann ich nicht wissen, wie der heißt? Kevin Durant. Ich habe jetzt so lange gesucht, dass ich so lange trainiert habe hier. Warte mal, ich bin doch eigentlich VIP. Kann ich nicht das benutzen? Ah, ich hätte die ganze Zeit das benutzen können. Hätte ich doppelt so viel bekommen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof gelaufen, ne? Okay. 2,5 Millionen. Boah. Das sieht geil aus, die Map, ne? Hier ist Streetball All-Star. Das ist schon sehr, sehr geil. Wie viel weniger kriege ich denn da? 750, okay. Nein, Multiplier. 1.600. Und wir sind da. Bob. 4.500 wins. Super Ball. Okay. Ähm... 1.250 kostet der hier. Wir ziehen ihn. Krebs. Gelber Krebs. Grüner Krebs. Ähm... Oha. Pink. Nice. Wie stark sind die? Boah, mal 14. Okay, das ist geil. Am besten ausrüsten. Okay, das hat uns schon mal massiv verbessert. Wir können weiter trainieren. Vielleicht macht es auch Sinn, sich jetzt hier mal einen neuen Basketball zu ziehen. Safe. Oder 10% mehr Speed. Ist auch nicht so teuer. Neh mal. Dann vielleicht mal ein besseres Trikot hier, ne? Das ist ja gar kein Ding. Wir könnten ja... Oh, was gibt es denn hier? Chicago Bulls, Lakers, Golden State Warrior, Cleveland, Cavaliers. Boah. Boston Celtics. Okay, das ist sehr, sehr geil. Das sind NBA Teams, ne? Okay, das ist schon cool. Ähm... Ja, hier brauchen wir aber wins. 15.000 für das nächste Gebiet sind verdient. Hier haben wir jetzt wieder eine Gold-Maschee. 10 Rebirths. Ach du Scheiße. Okay, das geht. Aber verliere ich da alles? Oh, ich verliere alles. Ehrlich? Oh, man. Okay, da sollten wir auf jeden Fall unsere ganzen Wins ausgeben. Aber für was? Ich würde sagen... Hm... Das ist schon sehr, sehr teuer, ne? Wir haben unsere Power, sollten wir auch ausgeben. Da verliere ich ja alles. Da sollten wir auf 250.000 trainieren und uns den holen, oder? Da macht das Sinn. Oder 10% ist natürlich jetzt auch nicht so viel, ne? Ja, ich gebe auch so meine ganzen Wins hier aus. Und bevor ich jetzt die ganze Power verliere, macht es halt... Warte mal, das ist die beste Haustiere. Ähm, zick. Macht es halt natürlich schon Sinn, sich jetzt auf 250.000 hochzutrainieren. Das dauert ja eh nicht lang. Und die 10% Boost noch for free mitzunehmen. Weil wir rebirfen dann, glaube ich, wirklich schnell durch. Wie viel brauche ich? 10, ne? Okay. Okay, let's go. Oh, ich kann ja nicht schießen an dem. Scheiße. Oh doch, einer ist durchgegangen. Okay, oh Gott. Ich habe gerade irgendwas tausendmal gedrückt. Ich kriege tausendmal eine Meldung. Ah, es hat's aufgehört. Okay. Wiedergebohrt. So, let's go. Erster Try. Jetzt brauchen wir 10.000. Und wir können wieder rebirfen. Jetzt brauchen wir 50.000. Jetzt wird es schon ein bisschen mehr, ne? Aber dafür kriegen wir natürlich auch immer... Ja, guck mal, wir kriegen 2.300. Merken wir uns mal. 2.310, um genau zu sein. So, haben wir. Go. Und jetzt kriegen wir 2.490, ne? Ist schon eine ganz gute Steigerung von 2.310 auf 2.490. Vorletztes Gebiet. Basketball Slam. Ähm, für 9.000 Wins gibt es dieses Haustier. Das ist die letzte Welt für 13 Rebirths. Gibt es auch nochmal eine Maschine. Okay. Hier gibt es nochmal... Achso, nee. Ich dachte, das waren Kinder. Das sah voll so aus. Okay. 3.000 Wins kriegen wir. Oh, aber guck mal. Der Balken bewegt sich gefühlt nicht. 80 Millionen. Der erste Korb. Ach du heilige Güte, ey. Also 80 Millionen Leute. Da muss ich mich leider geschlagen geben. Muss ich ehrlicherweise sagen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir haben eine Menge geiler Körbe geworfen. Lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Mich würde es sehr, sehr freuen, wenn ihr mich dabei unterstützt. Einfach zwei Klicks und das wäre sehr, sehr geil. Und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson. Ciao.